Shepard's Craziger's Intro Woop! Ja. Oh. Und, äh... Und dann möchte ich noch gerne... Oh. Oh. Okay. Äh, Stinger Schwanz. Hallo Cookie. Aha. Hallo. Hallo, können wir nach McDonalds? McDonalds? Ja, und nach... Mhm. Ja, können wir. Wunderbar. Wunderbar. Der Herr bei Chip hat dir ist da. Ja, 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 ja. Oh. Come on, come on. Oh, yeah, here, baby. Okay. Wo fahren wir jetzt? Wir fahren erst jetzt den McDrive und dann fahren wir weiter. Wo ist hier McDrive? Da oben ist McDrive. Okay. Entweder hier schon links oder noch eins weiter. Eins weiter. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Auf der McDonalds! Jawoll! McDonalds! 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 Schepard, das war doch hier, oder? Ja. Jetzt glaube ich nicht. Ja, das war auch super. Oh, guck mal. hallo hallo wir wollen was zu essen bestellen hallo 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 hören sie mich ja hier ist der cookie was wollt ihr zu essen haben ja 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 einmal pommes mit mayo und ketchup einmal pommes mit mayo und ketchup ja und wir haben auch noch mayonaise mit kräuter jetzt nur dazu bekommen ich hätte noch gerne neuner box chicken mcnuggets aber wo eine mcnugget fehlt also ich will eigentlich nur acht haben weil bei der neunten wird mir mal schlecht also könnt ihr neuner fertig machen aber tut eine raus damit ich halt nur eine achter habe geht das das geht natürlich ja und und ich möchte noch gern auch eine milchshake haben bitte ein milchshake welchen milchshake da haben wir einmal erdbeer man den milchshake einfach bitte einfach milchshake ganz normal alles klar ja und und eine apfeltausche und eine apfeltausche und eine apfeltausche darf sonst noch was sein wenn scheppert noch was will ja also ich nehme auch noch was jetzt kompliziert ja ich habe heute ein bisschen schleim im hals also ich nehme einmal im einmal bitte eine große ticken packung die bitte eine große ticken packung ja da nehme ich doch bitte was nehme ich doch ich nehme einen großen milchshake bitte warum bestellst du jetzt du affe wir sind dran hallo ja hallo ich höre sie noch hallo sind sie noch da ja hallo ist das nicht mit der machen ja ja hallo sind sie noch hey du vorge ja hallo sind sie noch da hallo was waren jetzt so wie scheiße kommt er gleich da rein also ich sag doch mal also ich weine müssen wenn ich nehme einmal bitte ein menü ein menü ja mit einem spielzeug welches spielzeug darf sein da haben wir einmal ein auto denn ein horn also autos von hot wheel und dann haben wir so eine fairy tale ja sammlung da können sie dann ich entscheide für scheppert wir nehmen fairy tale ja aber mit der hört sich gut an nehme ich bitte einmal dann das einhorn wie sie schon gesagt haben sehr gut ja und dann nehme ich doch grüß mich und dann nehme ich doch der große pommes und äh ne große cola und noch ein ein woppa woppa chicken doppel alles klar war es das ja das war alles das ist kein fenster das nächste fenster oder das dritte fenster also das zweite bestellung bitte das zweite oder das dritte ach so sie sind die kunden von gerade eben dann bitte einmal zum ersten fenster vorfahren da stehen wir doch nein das ist der bestellschalter nein hier ist der bestellschalter und sie müssen einmal zu diesem großen fenster vorfahren ja ungefähr ein meter fünftig das waren locker sechs das ist ja hallo da ist licht aus ja das wird jetzt kompliziert hallo ist da jemand haben sie gerade zugemacht bevor wir unser essen bekommen haben ja schon alter morgen fahren wir hin und dann wollen wir eine eine portion umsonst haben ja auf jeden fall schweine ich war falsch rum raus ihr besser nein ich geh lieber zu burger king der drogen auch tut mir leid jeppard wir haben rosinenbrötchen mit leberwurst ja das kann ich dir geben ich 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 hab was ist voll gefallen was ist voll gefallen was ist voll gefallen was hab ich zum hanschuhfach was ist denn da wer hat denn jetzt das rosinenbrötchen bekommen oh warum ist da eine windel so wer das rosinenbrötchen bekommen hat ja der der ist schon gefuttert ich hab letztens habe ich auch rosinen gefunden bei mir oh lalalalalalalalalalalalalalalalal reicht schon reicht schon reicht schon danke ikelhaft dieser typ ist einfach so ein perverses schwein wirklich bevor wir gar nichts machen ne ja können wir vielleicht kam ja ein schiff oder so kann denn bitte mal einer hängen mir ist ein bisschen übel aber erst in den gebraucht waren wir sind doch schon da mir wurde auch übel als ich die rosinen gegessen hatte das hätte sich jetzt auch ein stückchen angehört so jetzt haben wir das problem einparken mit dem auto ja fahr doch einfach hier rückwärts rein so und stopp stehen steht doch schön grüße 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 바in ein dominator gtx den habe ich vor ich glaube letzte woche gekauft oder vorletzte ja haben sie ihr Bitte? Haben Sie das Auto gerade hier? Nö. Gut. Da ist hinten auf der Ladefläche. Ob Sie das bar auszahlen oder der erst verkauft werden muss. Äh, ich schau mal ganz fort. Kleiner Blick. Die Finanzen zu sagen. Ich denke, ich kann mal kurz, aber ich denke mal, die können wir direkt an kaufen. Kleiner Blick bitte. Ich frag mal kurz. Na. Da. Da, da, da. Wo? Da. Da, da, da. Dann hol ich den jetzt weg und kaufe mir von dem Geld dann den. Oh. Ne, ich habe aber auch nicht nach dem Namen gefragt. Also wenn du mich nochmal fragst, wie die heißt, dann zählt nicht. Das ist voll die Cinderella-Story. Äh, Cookie hat so eine Olle in der Tankstelle gefunden. Der kannte ihn nicht, aber sie hat schon von ihm gehört und war begeistert. Und jetzt hat er die Telefonnummer nicht und sie ist irgendwo in Los Angeles bestimmt. Ich habe meinen Gott nach dem Namen gefragt. Cookie, erzähl nicht. Ich sag mir jetzt nicht, ihr habt euch im Kaufhaus kennengelernt. Sie hat ihre Sachen fallen lassen und denn. Nein. Wolltest wir aufhelfen. Wir haben euch an der Tankstelle kennengelernt, wo du damals gezeugt wurdest. Und beim, beim aus der Hocke gehen habt ihr euch zufälligerweise geküsst. Fast. Oh, hier ist ein Taco. Hallo. Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege. Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege. Ja, Cookie hat eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege. Was wollt ihr denn? Der sieht ja auch aus wie Fucky Stubenfliege. Fucky, fahr mal zurück zum Taco. 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 Was willst du denn beim Taco jetzt? Wir haben was bestellen. Bist du dumm? Nein, warum? Ja. Wir haben was bestellen. Ich hab Hunger. Bei McDonalds hätten ich auch dann fahr hier hin. Ja. Hier vorne. Da bei Ring of Fire. Halt die Fresse, wir stellen hier jetzt eh besser. Ja, okay. Auf die Stubenfliege. Hallo? Ein von der Schweine tötet ich heute noch. Hallo, ist doch jemand? Hallo. Hallo. Hallo, was ist denn? Herzlich willkommen bei Lucky Flacker. Ihre Bestellung einmal bitte. Ich will nix. Bin ich schon dran? Bin ich schon dran? Bin ich schon dran? Bin ich schon dran? Entschuldigung, die junge Dame ist erst dran. Entschuldigung, die junge Dame ist erst dran. Entschuldigung, die junge Dame. Oh, danke schön. Oh, sie sind aber ein Charmeur. Ja, ich hab das direkt durch die Kamera gesehen. Sie sind wirklich zauberhaft. Oh, danke schön. Da fühl ich mich aber nicht weicheln. Oh Gott, ich werd ganz rot. Jetzt bin ich aus wie Apache. Haha, wir sind ja witzig. Ich bezahle heute für sie, die Scherzgeksin. Hahahaha. 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 Warte mal. Los. Ich stell jetzt fertig. Ja, fahr. Fahr zur Fenster. Einmal. Einmal. Ein Milchshake. Wie soll der uns denn hören? Kann sie bitte einmal näher ran? Ich kann sie nicht hören. Hier ist ne Wiese. Ja, hallo. Ist doch egal. Jetzt wird's zu weit. Noch einmal zurücksetzen bitte. Ja, hallo. Ich bin einmal ein Maxi-Menü. Ein Double Chicken. Dann nehme ich einen Chicken-Eimer. Ein Milchshake, eine große Cola, ein kleines Eis. Und noch ne Apfeltasche. Oh mein Gott, das war aber sehr schnell jetzt. Ja, ich hab alles soweit mit. Also, eine große... Ein Menü. Einen... Dicken Becher. Ein... Ist das ihr erster Tag, oder? Wie ein Goldfisch, Alter. Der labert nur scheiße. Das wurde gar nicht bestellt. Ist das ihr erster Tag? Ein Milchshake. Und dann hab ich noch... ... eine Apfeltasche. Ist das so richtig? Ich möchte mit dir... Egal. Ach, und der Doppel-Whopper noch. Ja, ja, genau. Was für ein Doppel-Whopper? Ich hab dir geschicken. Alles klar. Ich nehme Pommes. Welche Soße möchten Sie auf Ihren Burger? Ja, ich nehm einmal die Honig-Sämt. Der macht seinen eigenen Film. Alles klar. Möchten Sie noch Ketchup und Mayo zu den Pommes? Die Pommes. Ja, die gibts dazu. Zum Menü. Die Pommes. Ja, nehm ich. Okay. Ja. 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 Marek. Alles klar. Ich will immer noch ne Lucky Flacker-Spezial. Was darf sonst noch sein? Ne Lucky Flacker-Spezial. Ne Pommes. Lucky Flacker-Spezial, ja. Und deine Pommes. Lucky Flacker, so heißt der Laden, wo sie arbeitet. Darf sonst noch was sein? Äh... Ne Pommes, bitte. Ich will einfach nur Pommes. Haben Sie Suppe? Haben Sie Suppe? Haben Sie Suppe? Haben wir leider nicht da, nein. Was für Suppe? In meinem Auto wird keine Suppe gegessen. Haben Sie Wappen? Bitte? Ich hab's grad nicht verstanden. Können Sie das noch einmal wiederholen, bitte? Können Sie mir ein bisschen Cola-Bar machen und eine Schüssel kippen? Leider nein. Leider nein. Das, äh... Haben unsere Hygiene-Vorschriften nicht. Was? Sie können keine Cola-Bar machen. Was ist da dann unhygienisch? Ähm... Sie haben hier keine Mikrowelle. Oder... Möglichkeit, die Ihre Cola zählt... Okay. Können Sie mir einige Cola geben und ein sehr, sehr heißes Chicken reinwerfen? Das können Sie ja auch selber machen, sonst. Ich möchte, dass Sie das machen. Nein, nein, nein. Schauen Sie bitte jetzt zum ersten Fenster vor. Dankeschön. Mein Gott. Jetzt... Der nervt doch nicht den jungen Mann. Der ist doch voll sympathisch. Das hat nur ein bisschen gesaschen. Das sind so lässige Pickel. Hallo. Oh mein Gott. Was ist das für eine Musik? Kater Krasovic. Gucki, willst du heute noch sterben? Ja, willst du... Soll ich dich erwürgen oder was? Ich schlitz dich auf, Gucki. Von Unbesunden. Ja, ich schlitz dich auch auf. Und dann steig ich in dich rein, wie im vierten Star Wars Teil. Dann esse ich deine Schokolade, die du in dir drin hast. Nein. Und was für ein Cookie bist du? Bist du einer mit Schokoladenfüllung? Das bleibt mein Geheimnis. Das wirst du niemals herauswärtig erwartet. Heute Nacht schnitzeln wir ihn auf. Äh, da kommt... Da kommt unsere Bestellung. Oh, das ist ja super. Äh, hier ist doch schon wieder Licht ausgegangen gerade. Danke. Äh, gib das mal rüber jetzt hier. Ja. Danke. Hier noch Pommes. Ja. Äh, der Burger für hinten. Ja. Achtung. Danke. Ich hab keinen Burger bestellt. Perfekt. Hier noch was zu trinken. Ja, danke. Wir haben Lackaburger immer. Ja. Und Ketchup. Oh, was waschen. Oh, was waschen. Cool. Einfach reinmachen hier. Oh. Ein kleines Kätzchen. Oh, was ist ja süß. Hier gibt's ein Kätzchen dazu. Oh, wie cool. Mein Wechselgeld? Hier nehmen sie das wieder. Kriegt ihr schon. Danke. Sorgkatz nach dem Essen? Nee, ich hab den Strohhalm vom Milchshake gerade genommen. Hab den in die Cola reingesteckt. Das schmeckt überhaupt nicht gut. Ja. Ja, du. Oh, ich hab, warte, ich muss dir was zeigen. Oh, lecker. Also, ich fand den jungen Mann bei, 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 bei flackert locker echt ganz nöt. Der war sehr sympathisch. Mhm. Tschüss.